Rein in die Fabrik! Oh, kein Ding. Dass sich Romale wehren müssen. Bumsche! Das alte Gemäuer macht mir Angst. Ja. Es erinnert mich auf deprimierende Weise an Zuhause. Tja. So als Soldat verdient man auch nicht mehr das, was man früher verdient hat. Ah, das ist cool, Irish. Wir sind alle am Leben. Das allein zählt. Besichert. Die Ecken, Jungs. Das ist der beste Weg nach oben. Die Ecke ist sauber. Und die auch. Warte, bis du die Aussicht gesehen hast. Jetzt will ich aber auch was sehen. Klappe zu, Augen auf. Tombstone Actual, das Radar leuchtet auf. Ihr bekommt Besuch. Oh Scheiße! Hilfe! Unter! Scheiße! Verdammt! Ich bin dran! Vor mir! Ich bin dran! Ich bin dran! Ich bin dran, die Männer! Los da! Los da! Wir rum! Ich kriegt hier alles kurz und rein! Das war schon witzig, also ich weiß, der fett hier eine gute Panzerung, aber die Wehr sind Treffer. Fuck, wie geil ist das denn? Ist hier ein Panzerfäuste? Was ist das denn? Er dreht wieder ab, dann schafft alle in den Heli sofort! Was ist die Intel das wert? Dann los! Los rein mit euch, das Gebäude stoßt ein! Fuck, 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 fuck! Scheiße, verdammt! Bleibt weg! Ich hab die Kontrolle verloren! Abwehr! 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 Neue Fünfe! Abwehr! 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 Good night, good fight! Jo, das fängt ja schon mal richtig geil an. Ach, das ist da in Saioa auch da. Ach du Scheiße. Ich hab meinen gebauten Helm. Du schaffst das, Mann. Die holen dich hier aus. Der treibt es doch. Ja, ich weiß, ich weiß. Anhalten. Röcker, die Bedeckung. Raus da, sofort raus da. Wirtsball. Hilfe, bitte, bitte, ich helfe Ihnen. Nein, nein, nein. Nein, Sie müssen hier verschwinden. Es ist gefährlich. Bitte, bitte. Scheiße, will es nicht. Röcker, ein Lesser. Du musst das Bein abschneiden. Ja, was war's? Röcker, komm her. Ge... Ein Wolf in der Falle beizt sich das Bein ab, um zu überleben. Na los! Der Knochen ist durch. Mich halten nur noch Fleisch und Uniform hier fest. Ruhe, schneid es ab! Ah, Mann. Fucking... Wir müssen los. Ist der tot? Nein, Mann, nur unwächtig. Du bist doch Sani gar nicht... Du bist doch das Messer mitmensch. Ha. Aus Verwarnung, ich bin Arzt. Entdeckung, runter, runter! So ein fucking... Kampfhelikopter gegen eine Sonne schön. Hey, die Arbeiter bei Turner sind okay, oder? Los, rein! Was wird schon wieder dann? Alles wird wieder gut, wir holen dich hier raus. Du schaffst das. Dann will ich auch mal einstecken. Jetzt wird was natürlich fehlt er wieder. Los, geh, Tracker. Geh auf Steuer. Schöne Außen an sich. Komm, wir fahren. Ich fahr am liebsten aus Positionen. Ich hab keine Ahnung. Ich seh ihn nicht. Scheiße, mein Bein. Meine Frau bringt mich um. Ah. Atme langsam. Du schaffst das. Wir bringen dich nach Hause. Du packst das. Wenn unsere Intel über Admiral Cheng und die Russen korrekt ist, wird keiner von uns nach Hause. Hört ihr noch jemand die ersten Töne der Hymne? Da ist der! Halt durch. Weg, können wir ihn abschütteln? Ziemlich unwahrscheinlich. Pack, was ist los? Wir bleiben einfach hier, ne? Wo ist der, verdammt? Wo ist er hin? Siehst du ihn? Ich hab keine Ahnung. Scheiße. Da, da ist er! Bereit machen! Schleller! Das war's knapp. Ja, alles knapp. Geht Gas, verdammt! Ja, fertig, wir hören nicht. Verletzt es nicht aus! Oh, Scheiße! Nein! Lass die Schweine brennen! Ach, jetzt geht das oder was? So ne Scheiße! Nein! Ja? Tombstone hat die Intel geborgen. Und? Im Falle eines chinesischen Militärputsches würden die Russen Admiral Chang unterstützen. Bestätigt den Bericht unseres Informanten aus China. Dann wurde Staff Sergeant Dunfer etwas getötet, das wir bereits wissen? Es gibt Aufstände auf den Straßen von Shanghai, Captain. Und die Russen mischen sich ein. Wir mussten es mit Sicherheit wissen. Schlimm genug, dass wir es USA regeln mussten. Eine falsche Bewegung. Und es gibt Krieg. Sie haben ihre Befehle, Captain. Aye aye, Sir. Wir fahren zur chinesischen Ostküste. Urlaub, huhuhu! Wenn das jetzt das erste Kapitel war, wie man das auch immer schimpft, Mission, war das ja schon mal hammergeil. Muss ich ja mal so sagen. Für mein Empfinden. Ist wie so eine Art Film. Scheiß Kriegsrecht für eine Milliarde Menschen. Sie sind wegen Jin Jays Ermordung angepisst. Wer war das, Sir? Er kandidierte für die Präsidentschaft. Ist progressiv. Drängte die Regierung zu Transparenz, Fairness und Redefreiheit. Admiral Chang hat einige davon überzeugt, dass wir Mr. J getötet hätten. Wenn die Operation auffliegt, hat Chang die Ausrede, die er braucht, um diese Wut, diesen Hass, gegen uns zu richten. Dann gibt's Krieg. Pixar! Ihr müsst die VIPs unversehrt aus den CU Towers holen. Kein Ding. Die Operation wird von Geheimagent Laszlo W. Covey koordiniert. Und damit wir uns verstanden haben, geschossen wird nur im Notfall. Wacker, Staff Sergeant Dunn hielt Sie für den geeigneten Teamleader, falls ihm etwas zustößt. Sein Verlust ist eine Tragödie. Ja, Mann. Lass mich die Ehrung seiner letzten Entscheidung nicht bereuen. Du das Richtige. Falt nicht auf. Kein Platz für Fehle. Anliegssache. Mann, hat das jetzt gerade nur bei mir gehakt? Oder ist es auch bei euch gewesen? Hoffentlich hält der Wagen durch. Entspann dich, Kleiner. Uns wird nichts passieren. Hier, Bro. Hast du deins Frau angerufen? Bis jetzt noch nicht, Peck. Ich mein, was soll ich ihr denn sagen? Er ist nicht gerade friedlich gestorben und ich will sie nicht anlügen. Boah, Irish! Tut mir leid, Miss. Passen Sie auf mit Ihrem Kind, Lady. Das ist doch alles voll für einen Arsch, Mann. Die Cops haben Schiss. Und wir, wir fahren mitten rein und holen die Kohlen aus dem Feuer. Das schaffen wir mit links. Was, Wrecker? Ich könnte eine Tasse Kaffee vertragen. Hey, das ist motorisierte Infanterie. Verstanden. Ich glaub, die Arschgesichter starren mich an. Da halte ich unauffällig. Unauffällig? Hörst du das, Wreck? Seh ich etwa aus wie ein Chinesepack? Kann jemand das Gebäude sehen? Wenn du mir nicht sagst, wo es lang geht, kommen wir nirgendwo an. Okay. Nach links. Wir müssen nach links. Vorsicht! Haut doch gut aus. Ich seh das Gebäude. Welche Etage müssen wir? Und von wie vielen VIPs hat Garrison gesprochen? Drei mit Kovic? Kovic und zwei Einheimische. Hey, ganz ruhig, locker bleiben. Wir müssen nach links, das Gebäude ist links. Was? Oh shit, wir sitzen zu fest. Wir müssen raus aus der Karre und dann zu Fuß weitergehen. Verstanden. Komm schon, Wrecker. Oh man, der Wagen. Die Multiplayer, Metro. Ja, die Multiplayer hab ich schon gezuckt. Erreiche das Hotel. War das auf fünf Sterne? Bin nicht beschwert. Verschlossen. Du benutzt das dritte Pack? WTF? Lass mich mal. Pack. Mann. Was ist das, Bro? Hervin Kuhn. Ich kann auch mal ein Knarer ziehen. Mann. Ja, rein spazieren. Thank you. Was machen wir jetzt? Zu Fuß geht ist eines dafür. Bei den VIPs verschwenden ein ganz anderes. Locker Pack. Wir kriegen sie zur Rekordring. Dann lass das gehen. Da oben. Da oben. Und da haben wir den Rest rüber. Können wir auf der Leiter springen? Ah. Dann tippst du rauf. Die Hähigkeit sind wichtig. Die Heli wenig platt. Ja, wir sind viel gut. Ich bin ganz schlecht. Es ist ein gutes Schaden. Du bist ein Fahrzeug. Du bist ein Fahrzeug. Schade. Dann bist du in diesem Fahrzeug. Wir müssen da rüber! Unter und durch! Brack, jetzt muss das leise durchziehen. Da habe ich auch kein Problem mit. Wir müssen erst mal gucken, wo wir machen. Wenn den Agents das entgangen ist, aber noch mehr, wir müssen die Vakery informieren. Verstanden! Fortress, Tombstone 4, melden! Los, wir, Fortress! Folgende Lage! Starke chinesische Kräfte im Zielbereich! Brake! Offenbar Backups! Mannstärke der Fall noch unbekannt! Open! Verstanden! Handelt nach Bedarf und droht sie schnell da raus! Over! Verstanden! Wir enden! Man konnte einfach so vorbeigehen. Dann lasse ich die mal vorhören. Ich will hier jetzt einen aus Stealth machen. Die Bullen gucken mir die an und ich kann einfach durchschmerzen. Kann du? Hast du? Ja, sehe ich auch. Hört sich so empatisch an. Wenn man die Balken wegschießt, stürzt das Haus zusammen. Habe ich ein Multiperger. Röcker, hol den Fahrstuhl! Kommt, Röcker! Schnell auf, was du! Hier, nimm! Yeah! Sauber! Die OMP-45! Sendliche Wachen, die du erhältst, werden in der Wachenkiste gelagert. Da-da-da-da-da-da-da! Also wie vorhin, wir können die auch wechseln, wenn wir Bock haben. Ist das denn ein Wasserpistolen? Ringen wir uns zum Hotel! Finde ich nicht. Die VIPs sind ganz oben, genau wie die Aussichtsbar. Das klingt doch gut. Was ich mir nur frage, warum wir keine Scheine fahren. Die Aussichtsbar ist immer auf dem Dach. Irish. Du solltest echt ganz vorn. Ja, ich weiß. Es ist nur... Mach die Scheiß-Tür zu! Halt! 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 Falsche Etage! Fassung! Scheiße! Ich glaube, wir sind gerade in China einmarschiert. Hier kommen wir nicht raus! Okay, Alternativen? Ganz ruhig. Rein. Ausrahmen, nebenbleiben! So, was ist Redsack? So, hier, nehmen wir mal Schnuggi mit hier. Ich will mal eine Scar wieder haben. Jetzt gucken wir mal, was wir wirklich alles finden. Seht euch das an! Womit rechnen die denn? Die rechnen mit extremen Widerstand. Still halt. Hey, Klaus! Hey, Klaus! Ich muss ihn mit dir gehören. Berta! Der hat keinen Hälfte. Wo ist er? Lop, 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 lop! Ja, einpacker Weizen, der hat einen Hälfte. Ich habe den Hälften, die er ausging. Die Hälfte sind in der Hälfte. Ich habe den Hälfte noch ausgesucht. Das war der Hälfte. Ah was in den alten Teilen auch sind, dass man nicht so oft getroffen wurde? Schau! Schau! Kontakt rechts! Schau! Schau! Guck mal, können wir bitte damit aufhören, uns verschießen zu lassen? Guck mal! Waren das alle? Ja, ich schätze schon. Komm schon. Auf für die Diatriebe. Ah, ich weiß noch was gar. Fangen an zu zaubern, Pac. Dauert nicht lange. Fangen an zu vor. Scheiße! Das ist nicht gut! Er fliegt zum da! Achte auf die Fenster und lacht dich bereit! Hast du Claymores dabei, Rack? Check. Ja, hab ich mal. Geht in Position! Gegner, auf dem Balkon! Das ist ein Angriff, Racker! Beide! Nein! Ich muss noch schnell ich kann! Das geht zu uns! Ganz D, die D, die D, die D! Dann mach's die fertig, Hoppe! Shit, der Hubschrauber ist zurück! Shit, der Hubschrauber ist zurück! Was gut ist der denn? Geh und... Vereinigt mal dann! Nach 8, Merk! Oh Gott! Die Toppe, die Toppe, die Toppe! Fah was? Ich will so, ich kann Komm, 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 komm Hoch hinaus wollen wir, hoch hinaus Das Problem ist, es geht hoch hinaus, es geht auch sehr weit hinunter Juhu Genau hier muss deine Treppe sein Ist alles gut? Ist okay, Rick? Komm, Mann Ich erwarte was 41. Stock, alle bereit? Los, los Hier ist unser Stockwerk Wir sind nah dran Ich höre noch, tschüss, tschau, tschau Ich höre noch, tschüss, tschau Das ist unser Zimmer Ach du Scheiße Meine Fresse Da brennt keiner mehr Ob das eine Falle war? Ihr seid spät dran Es dauert, als ich durch einen Suchtrupp zu schießen, der das Gebäude durchkämmt Warum habe ich wohl den Raum gewechselt Wenn du rumlaufen kannst, wofür brauchst du uns dann, Kovic? Über den Gang kommt man leichter als über die Straße, rein hier Komm, Beck Komm rein her Bewege deinen Arsch Komm schon, Geikhause Der Wagen Wie können nicht auf die Straße? Überall ist das Militär Oh, das ist ja großartig Wer sind die VIPs? Sehr wichtige Leute, eine wichtige Frau und ihr Mann Wir holen sie an einem Stück raus, mehr müsst ihr nicht wissen Ich bin Hannah, das ist mein Mann, danke fürs Kommen Entschuldigung, Sir, Verzeihung, Mann Verstehen Sie mich? Geht das Ihnen gut? Können Sie gehen? Ich bin nicht auf die Straße, ich bin nicht auf die Straße Mein Mann ist verletzt, er braucht Ruhe Negativ, keine Zeit zum Ausruhen Ich hab Helis auf dem Dach gesehen, wir müssen jetzt los Dann gehen wir rauf Na, was? Obst du? Wo genau ist er nicht? Ich flieg das Ding Das ist der Plan, oder hast du einen anderen Vorschlagsrat? Ach, klauen wir jetzt Helis Sind sie fertig? Mein Mann muss versorgt werden All diese, gib dir bald Gib, 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 gib Wo führt das hin, Sergeant? Das ist nicht was ich Danke fürs Kommen, Sergeant Ich bin sehr dankbar für die Hilfe Los geht's, jetzt Kommt, kommt! No problem, lady Los! 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 Fettverrotter, zusammenbleiben! Vorwärts, Wrecker Lass mich doch mal raus hier Weiter Ihr Fiesen Ist doch geil wie die die Kurven rennen Sollen spielen Das nicht klappt, sind wir am Arsch Keine andere Wahl Ihr sichert den Weg Sir, Ma'am Sie warten Alles klar, wir gehen rauf